Lassen Sie sich verzaubern von der preisgekrönten Show der Ehrlich Brothers. Nach ihrer ausverkauften Tournee gibt es jetzt neue Termine. Mit ihren spektakulären Illusionen versetzen Sie ganz Deutschland ins Zauberfieber. Für die Presse sind diese Brüder der neue Magiehammer. Es war ganz toll, ich bin begeistert, aufregend, emotional. Ich kann es jedem nur weiterempfehlen, ich fand den Abend super. War klasse, fantastisch und unglaublich. Für ihr einmaliges künstlerisches Schaffen erhielten die Ehrlich Brothers zahlreiche nationale und internationale Awards. Bereits zweimal durften sie den Oscar der Zauberkunst in Empfang nehmen. Sie sind die Shooting Stars der Magie und haben Zauberkunst in ein neues Zeitalter geführt. Sie faszinieren Millionen TV-Zuschauer, jung und alt. Jetzt gehen die Ehrlich Brothers auf die größte Tournee aller Zeiten, die deutsche Magier je bestritten haben. Und sie können live dabei sein. Alexandro! Bin ich in der Show? Du bist in der Show! Geil! Gib mir einen Moment! Erleben Sie, wie die Ehrlich Brothers echte Bahnschienen mit ihren magischen Händen verbiegen. Mit ihren weltweit einmaligen Illusionen gastierten die Ehrlich Brothers in den USA, im Oman und auf den Bahamas. Nun gehen die Ehrlich Brothers auf große Tournee und treten auch in ihrer Nähe auf. Wegen der hohen Nachfrage geben die Ehrlich Brothers über 100 Shows und Zusatzshows. Mit dabei sind einige der größten Arenen Europas. Sichern Sie sich jetzt die besten Tickets. Der Vorverkauf hat begonnen. Man hat sich wie so ein kleines Kind wiedergefühlt. Das war einfach wirklich toll. Ich komme nächstes Jahr schon wieder. Mega geil, auf jeden Fall. Ich würde jedem empfehlen, zu der Show hinzugehen.